Hey, da ist's! So, ich hab' Anfang! Es gibt Jungs, die... Du wolltest dich doch damit rächen, weil ich denke, dass du denkst, dass ich... ...verflixt! Oh, ist das etwa mein Fan? Dein Föhn? Ja. Cut! Oh, Sam! Ach, vergiss es! Ich hab' meinen Text vergessen. Ich bin so nervös, weil Stunts vorkommen und so.